wird immer wieder anders kurz hier gucken so sieht das aus ab und dann stelle ich das direkt dahin jetzt passt endlich hallo liebe tesla freunde da sind wir wieder montag die letzte arbeitswoche hat angefangen vor weihnachten es ist der 18 dezember das 18 törchen geht auf heute ist schirmherr dieses videos allen scherzer und heute ist die nummer zwölf die geheime nummer die euch noch trennt von dem gewinn den ihr dann am 31 12 gewinnen könnt da oben blende ich die in der info immer wieder das video ein was bisschen erklärt um was es hier geht in dieser reihe die kommentatoren präsentieren hier 31 videos und ja es ist ein fest von allen leuten die hier kommentieren auf meinem kanal und ja da bist du mehr und was es mit den zahlen auf sich hat erfahrt ihr auch in dem video 0 ihr habt gerade gesehen ich habe ein bisschen mehr herum gespielt bei diesem video bei den einstellung ich wollte es bisschen perfekter machen als sonst und ich hoffe es ist mir gelungen ich habe hier mein monitor dann habe ich euch auch gleich gezeigt wie das so funktioniert ich habe den in der nähe von der kamera dass ich nicht so weit weg gucken muss und sehen kann ob es scharf ist ob der ton funktioniert und so weiter ist alles in ordnung ich nehme noch mal ein schluck wasser es wird immer weihnachtlicher bei mir hier mittlerweile die kerzen aufgestellt die meine frau zusammen gebastelt hat mit den elektrischen nicht dann hier die vom baum sind auch ein paar gelanden da bei mir ist noch ein bisschen heller heute aber es ist jetzt mittags bei mir was haben wir dann 14 22 und es geht jetzt in die nächste session mit den videos lange rede kurzer sinn schön dass ihr da seid jetzt versuche ich es noch mal ohne ohne aussetzer ellen präsentiert warum hast du eigentlich ein polo angezogen was so schmutzig ist ja lieber ellen ich nenne dich jetzt einfach mal ellen da ich weiß nicht genau wie du wirklich heißt ich habe mal deinen youtube channel gecheckt da hast ja ein paar videos drauf und mal zu gucken so was was ich jetzt denke was du bist du bist ein perfektionist das bin ich nicht ja vielleicht bist auch kein perfektionist sondern hast nur an sinn für einen für guten geschmack und hast einen guten geschmack wahrscheinlich und die stört es daran wenn dann so ein so ein youtube mensch der über 2000 abonnenten hat da so ein dreckiges polo shirt anzieht und ich muss dir sagen du hast mir mit diesen kommentar aus der seele gesprochen wo ich den gesehen habe ich habe eigentlich nur auf so einen kommentar gewartet weil ich habe das video beim schneiden auch ich habe das auch gesehen mit diesen weißen flecken hier überall ich habe auch das ähnliches polo shirt an es war ein anderer anderes fabrikrat also ich meine hier ist es nicht ganz so schlimm vielleicht ein paar hundehaare oder so und ich habe bei dem beim schneiden gedacht mensch soll ich das jetzt so drin lassen soll ich das gelaber so drin lassen soll ich ein bild drauf machen soll ich eine andere auflösung wählen dass man das nicht so sieht aber ich schwöre dir es war frisch gewaschen ich denke mal es waren irgendwelche waschmittel flecken die hat man in realität nicht gesehen also in mich hat keiner auf der messe angesprochen ich sage was hast du da für ein komisches polo shirt an oder so vielleicht aus freundlichkeit aber ich habe mir noch mal runter geguckt so es ist jetzt auch gerade wieder eine wäsche dieses polo shirt ich hole es auch noch mal raus irgendwann und gucken wir es noch mal genau an also gut aber ich habe jetzt mal deine anderen kommentare ab mir angeschaut ist ja das youtube ist ja fantastisch da kann man mal so sehen was man alles verzapft und ja du bist eigentlich immer auf der seite der kommentatoren die technische hinweise geben also du hast angefangen bei meinem vlog nr 17 bei clean electric und electrify baden württemberg warum ich keine feste brennweite einstelle ja das war in dem fall war das da habe ich dann mit verschiedenen brennweiten gefilmt da habe ich ja war ich im publikum habe da hin und her gesund ein bisschen und ja ich will mir übrigens heute diese ganzen 31 videos in einer festen brennweite und feste blende und alles fest und hoffe dass alles so einigermaßen gleich aussieht aber solche hinweise wie von dir helfen immer sehr da besser zu werden und da gibt es einen langen großen kommentar verlauf hier dass das den podcast nicht gefunden und da haben wir viel darüber gesprochen und so da kam auch weihnachten ins spiel und ich glaube auch da ist mir die idee entstanden dass ich dieses weihnachtsspecial machen da ihr habt gesagt ihr wollt mich im nikolaus kostüm sehen ja mein gott ich habe jetzt die mütze aufgehabt das muss reichen und diesen strampelanzug das kommt nicht wieder vor aber ich habe es jetzt mal gemacht dann haben wir darüber geredet wie man prozentanzeige im akku haben soll oder die kilometer prozent du bist auch für die prozent alles schön recht wunderbar genau und dann später hast du noch mal kommentiert nach dieser polo shirt szene hier bin ich noch weiter hochgegangen das wieder mit focus rum gemacht ja klar das war dieses dieser reifenwechsel mit dem tesla da ist der focus auch ab und zu mal rausgesprungen das problem ist generell bei der lumix auf die fokussierung wenn man den mal drin hat den autofokus ist nicht zuverlässig ich spiele immer noch in den einstellungen verzeih es mir ja und dann ging es noch mal über die live streams her und da warst du ein bisschen zwiespältig also einmal hast du mir geschrieben dass du es toll findest wenn man die live streams doch im internet lässt und dann hast du mal wieder geschrieben dass man dass ich was rausnehmen soll das hat mich ein bisschen verwirrt ich würde sagen nimm es runter hast du jetzt zuletzt geschrieben gut wahrscheinlich geht es dir so wie mir also ja nein ja nein man ist so ein bisschen vage ja wir sind alles menschen und ja ich denke du hast es mir verziehen mit dem dreckigen shirt und hoffe alle anderen auch aber ich habe zum thema gemacht um einfach noch mal darüber zu berichten dass für mich immer wichtig ist der inhalt unter content und dann kommt das ganze drumherum deshalb lieber was anfangen was nicht perfekt ist und vielleicht einmal ein hinweis an dich ich habe mal den youtube-kanal gecheckt da ist nicht viel drauf gemacht schon seit vielen jahren macht ab und zu mal ein video drauf vielleicht machst du auch nicht mehr videos weil du nicht zufrieden bis bei deinen videos dazu sage ich dir einfach machen wachse lass sie drauf steck so ein paar kommentare ein die du mir jetzt da geschrieben hast ist nicht schlimm sondern ja einfach nur machen mach mir videos ich gucke mal auf deinen kommentar auf deinen kanal drauf in zwei drei wochen und hoffe dass du ein bisschen mehr gemacht hast und ich werde dann kommentieren aber keine angst macht das schon ordentlich so machen wir den deckel drauf neun minuten das war mit diesem vorgeplänkel da gucken das werde ich wieder zusammenschneiden noch dann wünsche ich euch noch einen schönen montag macht euch nicht zu viel stress mit dem einkaufen es hilft jetzt eh nicht mehr das ist jetzt nur noch umgelaufen in den städten ich würde da mich niemals ein wagen in die innestadt in dieser woche vor weihnachten bei uns gibt es gar nichts zu weihnachten also nicht das es gibt andere sachen da werdet ihr sehen am 24 gibt es ein weihnachtsspecial ich habe mir heute ich habe heute essen draußen und bei mir hin und her laufen mit dem hund habe ich mir so ein paar ideen sind also in meinem kopf aufgegangen und ich würde gerne eine idee jetzt noch mal euch mitteilen hier heute am 18 ich werde am 24 meine gesamten youtube einnahmen von diesem jahr und letzten jahr also seit ich begonnen begonnen habe youtube werde ich am 24 offenlegen wir werden live auf das back end gehen von meinem youtube channel und dann mal gemeinsam drauf gucken wie viel geld das ist und ich werde das gesamte geld verdoppeln hat eine steuerliche grund ja ich kann ja das absetzen im ende des tages also ich ja ich verstehe was ich meine der startzeit noch mal das gleiche dazu also wenn es jetzt 500 euro sind wenn es 1000 euro sein und es werden auch die blabla einnahmen dazu addiert die ich da habe so diese beiden posten werde ich am 24 darlegen also wenn ihr das sehen wie viel das geld das ist und ihr habt schon heute und die newsletter abonnenten haben das wissen das schon vorher und ich glaube wenn ihr das video 0 angeschaut habt das hier oben verlinkt ist da habe ich es auch noch mal gesagt ihr könnt auch vorschläge machen wem ich dieses geld spenden soll ich habe schon ein paar vorschläge bekommen lauf des jahres ich habe das schon paar mal genannt dass das video kommt aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden ich möchte etwas haben ich würde gerne menschen helfen die geschädigt sind gesundheitlich geschädigt sind durch diese ganzen umweltgifte die wir hier so ein blasen ich will jetzt niemand an die enden und antranger ich würde gerne leute helfen die mit der lunge probleme haben die krebs bekommen haben ich würde gerne kindern helfen ich würde gerne menschen helfen die in denen nicht geholfen wird auch die keine lobby haben oder auch alten menschen die an oder leute die einen herzinfarkt bekommen weil diese diese lautstärken dieser lauter verkehr sie komplett kaputt gemacht hat also ich würde gerne so ein bisschen themenbezogen spenden also wenn es euch recht ist ist auch euer geld deshalb überlegt euch ein bisschen sagt es mir und schreibt es mir in die kommentare rein schreibt mir ein mail das geld steht fest dass wir gesagt am 24 wird das veröffentlicht und ich kann mich noch entscheiden bis zum 28 12 wo ich das hin spende und das wird dann am 28 12 in einer aufnahme euch einem wieder mitgeteilt am 28 12 kommt das video und ne tschuldigung am 28 nämlich dieses video auf also sie hat bis zum 28 zeit mir das mitzuteilen und das video was ich am 28 12 aufnehmen werde wird am 31 12 ausgestrahlt also und dann ist das auch schon überwiesen weil ich will es in diesem jahr gerne abrechnen so deshalb ist das video ist ein bisschen länger geworden hat jetzt zu tun mit diesen sachen die ich da erzählen wollte allen hat es präsentiert vielen dank allen und bleibt weiter wachsam und danke für deine tipps macht's mal gut und wie gesagt kein einkaufsstress mehr so viel nimmt gelassen bastelt was mal was ist viel schöner ok ciao